Ihr kennt doch alle den Palmbesen, der am Palmsonntag geweiht wird. Also ich fand das jetzt recht nett. Ich habe das erste Mal dieses Jahr einen gemacht. Ich habe Palmkätzchen reingetan, Weidenkätzchen. Dann habe ich eine Stechpalme. Da habe ich sogar einen Bauern gefragt und der hat mir eine Stechpalme mit roten Beeren gegeben. Die sieht man jetzt nicht so gut. Dann habe ich drei Haselnussstecken rein. An einem Haselnussstecken habe ich es befestigt. Dann habe ich hier so diesen Lebensbaum rein. Und unten habe ich alles verzurrt mit Draht und mit einem Band. Und wie gesagt, ich finde es ein schönes Ritual. Das steht für Neubeginn, für den Osten und für das Leben. Also wer Lust hat sowas zu machen, finde ich richtig, richtig toll. Und segnen können wir uns ja auch selber. Mit Weihrauch und guten Gedanken oder wie ihr wollt. Und dann geht's dann. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020